und seit mir gehört der Kreuzerke ich denke die ganze Zeit Steine während von mir die Jahre gut ist wo ich schon kann ja das ist um das ist aus in der Kirche ich komme zu dir es ist nicht abgewaltig ich habe einen geladenen Repeater okay mit elf Schuss glaube ich mit Blüten sind diesmal vor Ort wenn der und hier noch mal sechs Schuss ich weiß nicht wo meine 357er Rounds hin sind habe ich dir die gegeben oder? die hast du mir mal gegeben ja ich habe dir gerade noch mal sechs Schuss dazugelegt passt schon okay genau also ich habe jetzt noch eben 7,62er und Bärchen Munition also einmal mit 39 Millimeter und einmal nur die 7,62er schmeiß mal beide raus die nehme ich mit auch für Dr. Affenkel packe ich alle mit ein ich bin jetzt apropos in diesem Vorort hier ich habe 20 SKS Munition für dich ach das ist schön danke als er steht schon wieder nach ist er war aber Prozent Prozent Autoristen seit dem worden Meldet schon wieder mal schauen was nicht so ist ich gehe mal zu Hause ich bin zwar nicht für die Europäische Haus also auch ich sehe einfach nur noch schwarz nein das ist ein Zombie wo auch Fakt ist hier bei mir war zum Glück ja ja wenn ich hin auch zurück so ich bin wieder raus auf den Server ja dann bände ich jetzt auch warum warten wir halt erst mal überhaupt rausfliegen vielleicht manchmal ist es auch ein Bug ich tue ganz ehrlich ich bin so misstrauisch jetzt ja aber selbst wenn was passiert bei nem Surferry Star Leute was passiert da also bei mir ist es schon ein paar mal passiert dass der komplette Charakter flöten gegangen ist okay das ist nicht schön er scannt jetzt nur gerade nach Third Party Software aber bei Yannick ist ja auch gerade nicht der Charakter weg also nö also ich weiß nicht was ihr immer mit eurem Dayseat anstellt aber die Probleme die ihr mir zum Teil schildert denke ich mir auch so Leute alles okay bei euch ja mal jetzt beheben halt anders da unten da ist übrigens so ein Ding das will ich noch fahren ist nur ne Hütte da ist nicht viel aber ich will es fahren ja ich glaube ich kann wieder drauf kommen weil es ist kein Surrey Star irgendwie total geil es gibt tatsächlich äh extra Server die wir damit wärmen dass sie die Träumen von entfüßend ja auch nicht wird deutsche extra Server damit sie nicht gleich wieder umgekehrt genutzt werden es ist irgendwie traurig das stimmt in der Tat also bei mir hat alles so leicht bräulichen Tatsch ich wäre ja ganz gut dafür wenn mir jemand Essen geben könnte was du nicht so Prozent es kann auch sein dass das wetterneblich ist dann ist es nicht das Wetterneblich es ist so dass bei mir alles die Uhr hat sich draus bei mir ist auch nur die Einladung an Kürtel aber es sei wieder drauf oder ich bin drauf was das Gäste Moni Neues wir wollen 20 Schuss und Janik ich möchte noch ein Kompass sind kannst du noch mitnehmen da ein Kind ist gern also gab es jetzt ein Restart oder nicht wie gesagt ich verstehe die allgemeine Panik der Hintergrund nicht aber kurz Schall ist das jetzt auch doch nicht rein verdammt es ist ein Haus nur da Prozent 7,6 von Millimeter und trotzdem damit ist die Goldene er er hat die Barriester Tauschmann ich hab denn es war seit ich bin jetzt vor der Police Station ja wir sind in dem Holzhaus gegenüber ist ich steh neben dir sie mal der Axt und leg sie wieder hinten rein weil du es gerade so ein der Axt zieht okay Janik du kannst mal noch ein bisschen die Häuser looten ist ja überall neue Loot drin also stimmt wegen Essen und so hier ist auch noch mal ein Brunnen falls einen interessiert ich habe das mache ich jetzt in einer Hose gleich wieder äh der ist wenn du vor der Polizeistation stehst einfach rechts die Straße weiterlaufen oh ich hab'n pinken Teddybären gefunden ich auch toll toll so ich bleibe jetzt weiter wunderbar ich mach mich jetzt auf den Weg ich bin jetzt kurz vor na des Dino ich hab jetzt Bock was auch in diesen Zettel zu schreiben boah ey nein nein du scheiß Teil äh wo ist denn der, wo ist denn der, ach wo ist, ach da ist er vorne äh wie gesagt wenn ihr einen Typen sieht mit Cowboyhut und blauen Rucksack das bin ich Alter und eine Eispicke in der Hand ok und brauner brauner Raincoat und blauer Cargo Pants und ok dann schau mal dass du zu dem Dorf kommst und wir sind wir looten hier dann warten wir hier mal ein bisschen auf dich ok ja ich bin ja schon auf dem Weg ich bin ja auch Spaß zur Forschung ich hab ne Flairgun gefunden nice ja hab ich vorhin auch gefunden ich weiß nicht wie der Flairgun soll ich hab sie einfach mal mitgenommen weil ich noch nen Chestholster hab aus Prinzip ähm ich nehm mal die 00 Buckets 10 Browns mit ich weiß zwar nicht wofür die sind das ist schrocken das ist schrocken ich weiß nicht ob die überhaupt was drin ist oh geil ich hab nen fett so nen Hack oh nice das ist nicht die Money die ich brauche oh ich jetzt ne Derringer jetzt ne Grey Derringer und ich hab nen grünen Hut oh sehr geil das sind so rote diese 12 Gauck Buckshot also ich glaub solche hab ich auch ja die hab ich ja auch die brauch ich für meine äh solchen grünen oder einen braunen Cowboy Hut nehmen und ich hab wieder Money gefunden für 3 7 äh für 357 braun schon besser aus ne gön alter nimm Spickel nimm Spickel Scheiß Zombie zock miss schlau geh tot oh meine Fresse oh Leute ich bin bald schon frei von Essen Leute ich hab wieder Money für uns gefunden hey lege Scheiß ich bin jetzt kurz vom Dorf also halt für die äh Yannick hast du was zum öffnen von Dosen nö aber ich finde Dosen ok wo bist du ich hab was für dich äh ich bin oben auf den auf den Berg leh Leute ich bin Dorf komm mal auf die Straße bist du im Dorf ah ich seh euch glaub ich hat irgendwer so nen komischen Schulruf das bin ich servus oi ich komm runter ich komm runter Moment ich komm zur Police ich hab Money für nen Repeater übrigens ja dann alles her hau her damit hau her hau her nice Leute gib mir was Backshots hab ich kommt drauf an welche für zwölf gauchten brauche ich ähm Moment Leute ich stell mich mal dazu zum Guten ja hab ich sogar warte mal ich lebe ich hier hin eine Granate wir sind alle weg was ist das hier ich schmeiß noch mal äh äh Munition von Repeater die nehm ich die nehm ich die nehm ich also die nehm ich ja ich geb dir auch noch was die zwölf war oder hier liegt noch mal 7 Schuss für dich 7,62 achso das sind für rifle ne ok mehr kann ich nicht mehr mehr rumtragen das sind jetzt hier ähm das sind die 7.62x39 diese grauen ja Colorado hast du die schon genannt für die Peter die ja hab ich grad noch mehr äh brauchst die man noch äh die großen von den goldenen würd ich nicht mehr die kann ich leider nicht mehr tragen ich hab dafür zu wenig Platz äh brauch ich mal die hier ich hab die goldenen hier die hab ich gerade nicht mehr Leute wir keine Echt was ist jetzt mit diesen 7,62 Millimeter das ist dein SKS Moni achso dankeschön 5 Stück gehen in die SKS glaube ich oder 10 weiß man nicht das ist ja was wir hoffen ja danke juck mit dem wenn jemand macht ja wir können nicht hoffen dass der kein Mensch kommt und meint er müsste uns begrüßen ey das sind nur Kackmücken ich hab nen Grafikpack ah jetzt ist er weg oh Jungle Boots nehm ich also als Geistes ja meine sind diesen Damage meine ich schon ein bisschen pristine deswegen bleib ich bei meinen äh Janek du hast nichts zum öffnen von Dosen gell nein ich hab nichts aber warte mal kurz ok wer bist du wo bist du ich bin nach unten gegangen ich hab dann vielleicht äh ich hab nen Screwdriver äh so nen Schraubschlusser ja aber der Master hat für mich ja auch einen ich hab für dich ein Messer jetzt kann einer vielleicht Affengeil ne Armbinde geben ich hab keinen mehr ich leg mal welche hin ne 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 gelbe gebrochen ne gelbe gebrochen legt ihr auf der Straße ey was ist denn das ok ist dann auf nach Pavlovitz wer ist eigentlich wer Helmet Visier also ich bin der mit der Käppi ich bin der mit dem roten Rucksack Bitch please gut dass ich nochmal rumgelaufen bin weißt du was ich jetzt gerade gefunden habe 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 oder oder eine andere Nahkampfwaffe für Dr. Öffengöl ja ich weiß ich glaube ich hab hier irgendwo da haben wir gesehen und irgendein von den Häusern war ein Hammer ich schaue ja ich guck noch mal mit was ist los warum diesen Cowboyhut du Rauner in der ich sie darfst du nicht springen ich so dann geh mal in die Polizei war ich glaub da war der drin mein Fiat auch so was ist jetzt schau schau ob der Schulruins sind schau mal ob deine Schulruins sind ja geht sie dir schon aus und such die neue ich hab ja auch jetzt gesehen ich schaue ob ich sie finden ich hab den Hammer ich hab den Hammer oh ja ich guck trotzdem nochmal in Police Session ob wir noch irgendwie was rumliegt hier noch eine Eisbicke oh ich bin jetzt klar mein Fiat mein Fiat mein Fiat ja jetzt lauf halt schnell wo ist denn Schuhe ich weiß es nicht schau mal in einem von den Häusern waren auf jeden Fall welche Jungle Boots waren da habe ich glaube die hat sich viel genommen ja aber dann ist der Überall sind auch irgendwelche anderen ich hab auch so ganz normalen Laufschulen getrunken was bringt es gegen was er hilft gegen es darf nichts mehr essen und nichts mehr trinken okay einfach nichts machen okay vielleicht ein bisschen rumlaufen ansonsten oder so ist so ich hab feuer wurde gefunden wie war das mit der Kriterien der Police Session ich bin der Police Session ja Komma vor davor vor die Police Session was die für Monika kein Planer ich weiß dass er wieder weiter weiß ich die braucht Punkt 45 ACP und gibt man kurz die Gritte das würde mich jetzt interessieren ob dort das Magazin sich erbreitert Warte warte ich suche jetzt erst mal schon ich habe ja auch gemacht ein Magazin Sway Tehringer hat kein Magazin äh hier liegt noch ne Shotgun rum äh das ist ne doppelläufige Badly Damage das ist ja mal so'n Scheiße so vor der Polizeistation liegt dein Hammer gell jojo auf der Straße wir gehen dann suchen wir mal Janek noch Schuhe ja und zwar keine die Badly Damage sind also ich habe nimm die Badly Damage die ist besser als nichts die habe ich jetzt schon drin aber trotzdem ganz ehrlich so ein Felder finden wir ne Shotgun und haben den Snap Snap-Loader weggeworfen ne das ist eine Schuhe für eine andere Waffe ne diese die Snap-Loader ist für doppelläufige ja aber der Waffe die Place Double und zwar mit der Mosemunition ok Leute hat jemand hat jemand eine Waffe mit nur 9 Millimeter äh 9 Millimeter äh 9 Millimeter ich 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 ey was äh was ist das Pistole oder ja ja 70 die hab ich schon mal erlegten ein Magazin dafür Attach Janek Full Equip was los was ich ja ich muss auch mal ne Pistole gell was jetzt um ich hab ein Lichter ok R West Bitsch 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 bis jetzt ein anderer Kompass und Pustin sogar es ist ein bisschen anders aus Jo also schon nicht die Leute die Eispiele weg ja ist weg geben Stimm ich habe auch einen Kompass gefunden der Rade dürfte ich über das Durchfang geimpft he heuerische Warte was passt was kann ich meinen es wird er kommt ab sony alt bernst ab 1 und er hat jetzt ich wollte sie anders okay hallo oder was er würde ich sagen wie gut aber auch wissen doch also schon seit sie jetzt sind so in der ersten Polizei station das Problem ist in die Richtung einfach aus der Polizeistation raus und geradeaus einfach geradeaus aus der Polizeistation wollt ihr das Feuerholz noch mitnehmen das in der Polizeistation liegt das ist Firewall das kann man ja auch ganz einfach von einem Baum gehen wir da unten in die Scheune in der Scheune ich wurde gerade übel zurückgesetzt in der Scheune sind oft Schuhe und was ist mit so Sachen wie Bloodback-Kit und so Zeug er hat das Wort schlossen Bekirchen Sertzum liebt Sommi habe ich auch gehört das sieht nicht ja ist doch nichts der kommt der Komponenten der Komponenten das ist ein wo seid ihr Prozent der Scheune alle seit jetzt in die Scheune zu tun da habe ich mein Zeug ist und hier sind Schuhe aber es sind so Schick im Mitglied der Anzug Schuhe was was wo wir sind die Mitglieder zu können Rohr und gute will ich euch dir helfen ne er ist tot aber ich blute und da kommt noch einer an genannt ja das bin ich achso ich dachte schon hast du genug Greggs ja ja ich hab genug wo ist denn die Schick im Mitglied der Anzug Schuhe da einfach hinter da 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 komm folge mir hier hier das denn das ist besser als meine schau einfach dass du irgendwie so Arbeitsschuhe findest oder sowas ja auch was gemütliches Jungle Boots oder so ein Zeug habe ich auch schon gesagt ach ja ich wollte dir noch dein Messer geben gell ja ich hab ja wo ah hier Alter was ist denn das für ein geiles Messer ich weiß das ist übelst nice und hier ist nochmal ein Hammer einsch ja was ist meiner bis das so ist seiner ja du hast die du darfst es und du musst es ja ein paar sie weiß ich weiß ich weiß das habe ich jetzt auch gecheckt das ist ein Kärchen ist so der Knife unten clever ist so du kannst mit dem Stecknet auch schon also ich gehe Prozent bisher um hier um Geld nach vor kurzem wo hat er gibt es noch was das schon ist zum Schuss so ist aber schon recht gut dann bin ich mittlerweile der am auffälligsten gekleidet ist das ist schön hier gibt es jetzt also mich kann man eigentlich nicht übersehen warte mal ich muss mal meine Kleidung flicken so wie es ausschaut muss ich mal schauen ähm Worn Damaged ja da ich hab ja zwei Sewn Kids dann nehmen wir das Badly Damaged mal und Patchen mal und das Badly Damaged ist jetzt Ruined das können wir jetzt rauswerfen wer von euch hatte ja komm das Leder hat doch einmal so ein Leder Sewn Kids ja die ja das ist mal ich hab'n ich bräuchte ein Leder Sewn Kids das gehen so mehr wobei nur es zu wenig zu wenig ich bräuchte ein Leder Sewn Kids wir schauen auf was für die und schuldig weil sie ich muss jetzt erst mal schauen dass ich mich selber fliegt zut mir leid aber und ist sehr ruhig erst nächst so eins habe ich auch und ist er gut Moment um wer braucht es von euch ich weiß es doch mal erlegt erlegt ich hab schon und so ich weiß es doch mal erhältst Vielen Dank.